Toll mit der Flanke, oh der ist drin, wie geil ist das denn, Mohamed Sanko, Mohamed Sanko mit dem 5 zu 0. Ey wir haben sie, Screenshot, Screenshot, Screenshot gemacht 1893. Also komplett abschießen lassen muss es halt dann trotzdem auch nicht sein, der nimmt den nicht zurück, willst du mich verarschen Alter, ah junger Vater ey, ist das lächerlich, er muss auf die Trage, ach Jungs ich habe keinen Bock mehr mit den Verletzungen, ich habe keinen Bock mehr, jetzt diskutieren sie wieder, bitte nimm es zurück, mach es offensichtlicher und er schaut es sich an, Kommt, bitte mach es offensichtlich, dass der Fußball tot ist, tu es bitte einfach, ich trage noch gar keinen 1 zu 0 ein, bitte mach es einfach, es ist unglaublich, es ist unglaublich. Und Dinos, der zieht mal ab aus der Ferne, 1 zu 0, Dinos, junger Vater, was eine Hütte, was der anfasst in den letzten 3-4 Wochen ist auch wirklich Gold. Alter, ey und den Typen kriegt man nächsten Sommer für 3 Millionen, es ist so eine Frechheit. Wow, schickt ihn durch auf Massimo, ist der frei, geht vorbei, jawohl Junge, Massimo, Massimo, Caruso sieht die Lücke, schickt ihn durch, da ist er überhaupt nicht besetzt, er überhaupt nicht, zack ein Ding, Hummus zum Kiosk geschickt und 1-1, geil Massimo, gerade er, wie gesagt, gerade er, Alexis Tibidi kommt, Caruso muss angeschlagen raus, Warum sollten wir auch irgendwann mal ein Spiel machen, ohne irgendjemanden zu haben, der angeschlagen ist, ist ja klar. Was ein Traumball, Mammusch ist alleine, mach ihn Bruder, mach ihn, mach ihn Bruder, Oma Mammusch, 1 zu 0, vom Mittelkreis durchgesprintet, wer hat denn den Zauberball rausgeholt? Er schließt selber ab, Philipp Förster, Philipp Förster, haha, jawohl, an alle VIPs, die da sind, ich sehe gerade nicht viele, ich hau ihn selber rein, Förster Goat, aber sofort in den Chat, haha, Philipp Förster macht das 2 zu 0, scharf rein, oh ja, Mammusch und von hinten kommt Dinos, junger Vater, was ne Hütte! Zurück, oh, der kommt durch, jawohl, Philipp Förster, 2 zu 0, wichtig, Alter, wichtig, Mammusch, oh, nein, Latte! Alter, Mammusch, Alter, Mammusch ist ja komplett gottlos unterwegs und Endo jagt danach drüber, Mammusch läuft an und schippt den in die Mitte, aber halt nicht rein, so an die Latte. Kulibali ist rechts mit dabei, er geht alleine durch die Mitte durch, er geht ganz alleine durch, Abschluss, schieß doch jetzt! Ito, zurückgelegt auf Endo, der kriegt nicht verwertet! Helden drin, oh, meine Fresse, Alter! Jetzt legen sich Müller noch selber rein. Wie zur Hölle, liegst du in so nem Spiel mit so nem Spielverlauf mit 0 zu 5 hinten? Boah, was ein räudiger Scheißkick, unglaublich! Ja, Geil-O-Matiker, wie soll ich den Scheiß, was hier noch aufhängt, wie? Da hilft dir alles nix. Ich kann nicht den kleinen Tesa holen, da hab ich ein Detailbock drauf. Bring ne gute Flanke jetzt! Ah, ja! Ah, der vertimmelt den! Na, aber nein! Mir geht jetzt der Sport so auf die Eier, es ist immer genau das gleiche. Du bist so dran, du musst hier eigentlich das 1 zu 1 machen, es wäre verdient gewesen, hier das 1 zu 1 zu machen. Und dann reicht dir jetzt eine Konter. Jetzt bekommen wir einen. Es ist die Frage, ob wir einen weiteren bekommen. Ja, der bleibt, der Elfmeter bleibt stehen, der muss stehen bleiben, der Elfmeter. Er schaut sich's nochmal an, aber das TBD-Ding letzte Woche nicht, oder was? Wenn er den jetzt zurücknimmt, dann wird's langsam wirklich sehr, 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 sehr offensichtlich. Willst du mich verarschen? Bitte was? Ja, Mistler, zieht man hier gerade, kann man Lippen lesen lassen. Unfassbar! Alles ist ja noch krasser als letzte Woche. Jetzt Freiburg im Angriff, komm, machen rein, würde passen. Ja, war so klar, es war so klar, es war so klar! So ein abgefälschter Scheiß-Dreck wieder! 1-0 Freiburg! Das kannst du mir gerade nicht erzählen, was hier passiert ist. Sorry, mit so einem Spielpech steigst du ab. Oh, Mangala, da muss was gehen. Leg ihn hoch, Tomasch! Ja, Junge! Ja, Mann! Thiago Tomasch! Wie geil ist das denn, Alter? Und ganz viel Kredit an dem Tor hat Mangala mit der Drehung. Wann ist das Tor gefallen von uns? Vor der Minute maximal? Dir wird hier keine Sekunde Glücklichkeit gegeben im Leben von einem VfB-Fan. Keine Sekunde! Ja, ja, drin! Thiago Tomasch-Doppelpack! Ui! Hab ich das Spiel zu früh abgelegt, oder was? Oh, ist das schön! Ja, die Hand ist halt schon draußen, aber... Maaah! Ich hasse diesen Fußball und er kriegt dafür auch noch gelb. Das ist halt dann die Aktion, die du unten im Abstiegskampf immer wieder gegen dich bekommst. Den kannst du geben. Ich hätte ihn auch gewollt, wäre er quasi für uns der Handelfmeter, aber... Jede Umschaltsituation, jeder Tempowechsel, whatever, alles wird sofort mit einem Foul unterbrochen von Union. Alles! Ja, so ist er über links nochmal. Runter. Oh, die Flanke kommt! Ja, Junge! Sascha Kalajdzic! Sascha Kalajdzic! Wo ist meine Stimme hin? Nachbarn, alle... Sorry, ihr wisst, ich bin VfB-Fan. Das ist ein purer Fußball-Porno. Dieser linke Fuß von Bonasosa. An den Außenpfosten. Er geht aktiv so hin, es muss Elfer geben. Pfeift den jetzt. Dankeschön! Elf Meter! Wir haben eine lange Dürrefase bei Elfmetern. Ja, Mann! Ja, Mann! Führung! 0 zu 1. Sascha Kalajdzic! Oh, was eine Chance! Mamusch, geh, Junge, geh! Geh! Geh jetzt! Ah, der haut ihn daneben, Mann! Mamusch! Chip den rein! Der ist nicht drin, was? Jetzt aber! Was? Digga, der halbe VfB hat schon gejubelt. Flanke kommt mal vor Panos, kämpft ihn schön. Oh, Tega, Digga! Was zur Hölle, Mann! Ja, Anton geht nicht ran, der dachte, er geht auch so rein. Oh, Kalajdzic holt die Trage sogar. Wild. Wild. Kalajdzic rennt rüber und holt die Trage. Wild. 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 Wild.